So ihr Lieben, das ist jetzt hier das angekündigte Imperialismus-Video im Anschluss an Watschlafs Mill und was der zu den bisherigen menschlichen Imperien zu sagen hat, die wir in der Geschichte schon so hatten, also was wir da heute darüber wissen und wirklich Zahlen, Daten, Fakten basiert darüber sagen können. Ich werde am Ende dieses Videos das Ganze auch nochmal aus einer, ich nenne es jetzt mal, philosophischen Sicht bewerten, also diesen ganzen Reichsgründungswahnsinn überhaupt, also den Imperialismus an sich, wie man den betrachten kann, wenn man ihn philosophisch betrachtet, das ist auch sehr interessant und das kommt aber ganz am Ende des Videos. Jetzt werde ich erstmal Watschlafs Mill lesen, was er uns sagt, was wir Zahlen, Daten, Fakten basiert über bisherige menschliche Großreiche wissen, was vielleicht nicht ganz unwichtig für uns heute sein könnte und für heutigen Imperialismus. Das ist das Kapitel 21 in dem Buch Zahlen lügen nicht, 71 Geschichten um die Welt besser zu verstehen und dieses 21. Kapitel hat Watschlafs Mill folgendermaßen überschrieben. Schrumpfende Imperien, nichts Neues unter der Sonne. Das ist Seite 101. Ein Imperium aufrecht zu erhalten ist nie einfach gewesen. Ganz gleich, ob es sich um ein Imperium im wörtlichen Sinn handelte, mit einem Kaiser oder einer Kaiserin an der Spitze, mit einem Cäsaren, oder um ein de facto Imperium, definiert durch wirtschaftliche und militärische Macht oder gestützt auf die Anwendung von Machtmitteln und oder auf wechselnde Bündnisse. Vergleiche zwischen Imperien hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit sind auch deshalb schwierig, weil sie sich hinsichtlich ihres Zentralisierungsgrades und der effektiven territorialen, politischen und wirtschaftlichen Kontrolle, die sie ausüben, stark unterscheiden. Stark stammt von mir, aber das ist sachlich richtig. Ein analytischer Befund sticht jedoch heraus. Ungeachtet der im Lauf der Geschichte zunehmenden militärischen, technischen und wirtschaftlichen Fähigkeit großer Nationen, ist es zunehmend schwieriger geworden, ein großes Imperium über einen langen Zeitraum hinweg am Leben zu erhalten. Das ist doch ein interessanter Befund. Imperialismus war früher mal leichter als heute, zumindest wenn man ihn so versteht, dass das Reich, das man da begründet, dann auch dauerhaft existiert. Das hat vielleicht Parallelen auch zur Lebensdauer von Unternehmen früher und heute. Was ist so die durchschnittliche Zeitdauer, die ein Unternehmen existiert, bevor es sich auflöst? Die gleiche Frage kann man an die soziale Einheit des Imperiums stellen oder des Reichs, die man auch eben an Unternehmen stellen kann. Das sind ja zwei unterschiedliche Sozialformen, die beide ein Anfang und ein Ende haben und das kann man messen. Man kann auch sozusagen die durchschnittliche Lebensdauer, die durchschnittliche Lebenserwartung messen. 2011 schreibt jetzt Watschlaff-Smill weiter, analysierte Samuel Arbisman, keine Ahnung, ob ich den richtig spreche, zu der Zeit am Institute for Quantitative Social Science der Harvard University tätig, die Biografien von 41 antiken Imperien, die zwischen 3000 v. Chr. und 600 n. Chr. existiert haben und kam zu dem Ergebnis, dass ihre Lebensdauer bei durchschnittlich 220 Jahren lag. Zum Vergleich, die antike Losdemokratie, die in dem Sinne über diesen Gesamtzeitraum kein Imperium war, sondern einfach nur eine politische Einheit, keine imperiale Einheit, hatte 245 Jahre Bestand. Also durchschnittliche Lebensdauer von Imperien 220 Jahre in der Antike, wobei, jetzt kommt die Einschränkung von Watschlaff-Smill, er freilich, also dieser Arbisman freilich, eine höchst inhomogene Verteilung der Lebensdauer feststellte. Imperien mit einer Lebensdauer von mindestens 200 Jahren sind in der Liste rund sechsmal häufiger vertreten als solche mit einer Lebensdauer von acht Jahrhunderten. Die drei langlebigsten Imperien, das mesopotamische Elam, das zehn Jahrhunderte lang bestand und das alte sowie das neue ägyptische Königreich mit einer Lebensdauer von jeweils 500 Jahrhunderten, fünf Jahrhunderten, hatten ihre Blütezeit vor Anbruch des letzten vorchristlichen Jahrtausends. Elam rund 1600 v. Chr. Die ägyptischen Königreiche um 2800 bzw. 1500 v. Chr. Nach 600 n. Chr. gab es Imperien zur Genüge, doch zeigt sich bei näherer Betrachtung kein Zuwachs an Langlebigkeit. In China bestand zwar ein irgendwie geartetes Königreich bis 1911, doch handelte es sich dabei um eine Abfolge eines runden Dutzends unterschiedlicher Dynastien, darunter auch welche, die von fremden Invasoren vereinnahmt wurden, so die kurzlebige mongolische Yuan und die manchurische Qing-Dynastie 1279-1368 bzw. 1611-1911, 1644-1911. Dazu gibt es ein ganz tolles Buch, das ich mal als Jugendlicher gelesen habe. Es heißt, glaube ich, Die chinesische Welt. Das ist so der Versuch, die gesamte chinesische Geschichte in politischer Hinsicht und auch kultureller Hinsicht in einem Werk darzustellen, was schierer Wahnsinn ist. Dafür ist die chinesische Welt viel zu reichhaltig. Trotzdem wird das versucht, das war eine sehr spannende Lektüre. Das habe ich als Jugendlicher gelesen. Ich war schon immer ein Politik-Nerd. Geiles Buch, wahrscheinlich jetzt völlig überaltert. Damals erschien, glaube ich, bei Surkamp oder so. Ich suche es nachher noch mal raus. Gibt es wahrscheinlich nur noch gebraucht. Also wer wirklich mal chinesische, so sich den ganzen Wahnsinn antun will, was es da alles gab in dieser wahnsinnig langen und wahnsinnig komplexen chinesischen Geschichte, der kann sich das gerne mal einziehen. Und das bestätigt hier sehr natürlich, was der Watschloff-Smill hier sagt. Die unterschiedlich ausgeprägte Herrschaft dieser Dynastien in China erstreckte sich über kleinere und größere zu- oder abnehmende Territorien und hatte jenseits, nördlich und westlich, des von der Han-Dynastie geprägten Kernlandes oft nur nominellen Charakter. Wie lange das Spanische und das Britische Weltreich bestanden, darüber lässt sich trefflich streiten. Nimmt man 1492 als das Anfangsjahr des Spanischen Reiches und 1810 als ein faktisches Ende, dauerte die Herrschaft Madrids, deren Zentrale ab 1584 El Escorial war, knapp über 300 Jahrhunderte. Sollten wir den Beginn des britischen Empires auf 1497 datieren, das Jahr, in dem John Cambert nach Nordamerika segelte, oder auf 1604, als mit dem Vertrag von London der Englisch-Spanische Krieg beendet wurde und sein Ende unter außer Achtlassung der bis heute bestehenden winzigen britischen Überseebesitzungen von Anguilla bis Turks und Caikas auf 1947, als es Indien verlor, oder auf 1960, als Nigeria, das am dichtesten bevölkerte Land Afrikas, unabhängig wurde, legen wir letzteres Datum zugrunde, also die Unabhängigkeit Nigerias, ergibt sich eine Lebensdauer für das britische Empire von 365 Jahren. Nicht sonderlich beeindruckend, historisch gesehen, im historischen Imperienvergleich, im Imperienschwanzlängenvergleich. Kein Imperium bestand über das gesamte 20. Jahrhundert hinweg, kein einziges. Die letzte chinesische Dynastie, die der Qing, fand ihr Ende 1911 nach 267 Jahren ununterbrochener Herrschaft. Das ihr nachfolgende kommunistische Imperium wurde erst 1949 gegründet. Das Sowjetreich, das in die Fußstapfen der Romanov-Zaren trat, konnte mit der Zeit die Herrschaft über einen Großteil der zuvor von den Zaren regierten Territoriums wiedergewinnen, mit Ausnahme Finnlands und Teilen Polens. Und nach dem Zweiten Weltkrieg dehnte es seinen Herrschaftsbereich auf etliche ost- und mitteleuropäische Länder aus, woraufhin sich zwischen Ostsee und Schwarzem Meer der eiserne Vorhang senkte. In den Jahren des Kalten Krieges nahm sich das Sowjetreich in den Augen der NATO und der militärischen und politischen Planungsstäbe in Washington, wie ein mächtiger Riese aus. Doch von innen her betrachtet, und ich verbrachte dort meine ersten 26 Lebensjahre, das schreibt Watschlaufsmill, der selber Tscheche ist, wirkte es weniger beeindruckend. Dennoch waren wir alle überrascht, als es schließlich so widerstandslos in sich zusammenfiel. Es bestand von der ersten Novemberwoche 1917 bis zur letzten Dezemberwoche 1911. Und dass er hier in Wochen rechnet, ist also höhere Ironie. Das ist sehr, ich weiß nicht, also, ich kann es nicht anders sagen, es ist sehr amüsant, dass er das tut, und das tut er natürlich mit Absicht. Das ist eine sehr, sehr, sehr sophisticatede Spitze, eine sehr ironische Spitze. Es bestand von der ersten Novemberwoche bis 1917 bis zur letzten Dezemberwoche 1991, 74 Jahre und einen Monat, was ziemlich genau der Lebenserwartung eines männlichen Europäers entsprach damals. Die Anläufe Japans und Deutschlands, sich zu Imperien aufzuschwingen, waren zum Glück noch kurzlebiger. Japanische Truppen begannen im September 1931 mit der Besetzung der Manjurei. Von 1937 übernahmen japanische Streitkräfte mehrere Provinzen im östlichen China. Von 1940 an besetzte Japan Vietnam, Kambodscha, Thailand, Burma und fast das ganze Territorium des heutigen Indonesiens. Schließlich okkupierten die Japaner im Juni 1942 die westlichste aller alaskischen Aleuteninseln, Atu, und die rund 300 Kilometer westlich davon gelegene Insel Kiska. Diese beiden westlichsten Außenposten ihres Reiches büßten Japaner nur 13 Monate später wieder ein und am 2. September 1945 unterschrieben sie ihre Kapitulationsurkunde. Die imperiale Expansion der Japaner dauerte also exakt 14 Jahre. Das von den Deutschen ausgerufene Dritte Reich, das tausendjährige Reich, das eigentlich tausend Jahre hätte halten sollen, war zwölf Jahre und drei Monate nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 schon wieder Geschichte. Und das US-Imperium, fragt er jetzt? Selbst wenn wir der Überzeugung sind, dass so etwas tatsächlich existiert, also es stellt er in Frage, gibt es überhaupt ein US-Imperium? Und wenn wir seine Gründung auf 1898 datieren, das Jahr des Spanisch-Amerikanischen Krieges und der Einnahme der Philippinen, Puerto Ricos und Guams, gibt es Gründe anzunehmen, dass es sich noch immer um ein starkes Imperium handelt? Der Zweite Weltkrieg war der letzte große bewaffnete Konflikt, den die USA klar für sich entschieden. Alles, was danach kam, Koreakrieg, Vietnamkrieg, Afghanistan, Irak, lässt sich als schwer einzuordnende Mixtur aus kostschwieligen Niederlagen und beide Seiten auszehrenden Zermürbungskriegen beschreiben. Selbst der kurze Golfkrieg von 1990 bis 1991 brachte keinen klaren Sieg, führte er doch direkt, zwölf Jahre später, zur Eroberung des Iraks durch die US-Streitkräfte und zu einer blutigen Besatzungsherrschaft im Anschluss danach, 2003 bis 2011, also acht Jahre. Der Anteil der USA am weltweiten Wirtschaftsprodukt ist seit dem künstlichen Höchststand von 1945, als alle anderen führenden Volkswirtschaften entweder zerstört oder durch den Krieg gebeutelt waren, stetig zurückgegangen. Und allzu viele Länder innerhalb der Grenzen des wirklichen oder vermeintlichen US-Imperiums legen keine ausgeprägte Neigung zur Gefolgschaft oder Gleichgestimmtheit mit den USA an den Tag. Es ist dies ganz offensichtlich kein Imperium mit einer messbaren Lebensdauer. Und wer sollte sich diese Lehren aus dem Niedergang früherer Imperien am aufmerksamsten zur Gemüte führen? Offensichtlich doch die kommunistische Partei Chinas, die alles daran setzt, Tibet und Xinjiang zu unterdrücken, die sich mit ihrer Politik bei den Nachbarn entlang der langen Grenzen ihres Landes keine wirklichen Freunde gemacht hat, die Anstaltenmacht im südchinesischen Meer ihr Blatt zu überreizen und die sich mit ihrer Entscheidung unter der Überschrift Seidenstraße Investitionen in aller Welt einschließlich der ärmeren Länder Asiens und Afrikas zu tätigen, langfristigen politischen Einfluss erkaufen will. Im Oktober 2019 feierte die chinesische Staatspartei die Vollendung der ersten 70 Jahre dieser jüngsten Reinkarnation imperialer Herrschaft. Wie stehen angesichts der Halbwertszeiten moderner Imperien, wie wir sie in der jüngeren Geschichte erlebt haben, die Chancen, dass das chinesische Imperium in 70 Jahren noch bestehen wird? Das ist das Ende dieses Kapitels und das ist natürlich eine fragwürdige Extrapolation. Es kann ja sein, dass zum Beispiel die neuen technischen Mittel, zum Beispiel auch Überwachungstechniken und andere neue technische Innovationen dazu führen, dass China eben die Langlebigkeit von Imperien, die frühere Langlebigkeit von Imperien in der Moderne zurückbringt. Kann ja sein, das wissen wir nicht. Geschichte ist nicht so strukturiert, dass wir immer einfach vergangene Ereignisse oder vergangene Tendenzen einfach in die Zukunft verlängern oder extrapolieren können. Aber bisher deutet wenig darauf hin, dass Imperien große Aussichten auf Langlebigkeit haben unter modernen Bedingungen. Früher mal, also in der Prähistorie fast oder auf jeden Fall in der absoluten Frühantike, haben wir manchmal sehr großlanglebige Reiche, die also länger als sowas Bestand haben wie die sehr kurzlebigen spanischen und britischen Imperien von lächerlichen paar hundert Jahren. Also das gab es, aber das ist verdammt lang her. Und jetzt komme ich nochmal zu meinem angekündigten Thema der philosophischen Bewertung. Also ich gehe nochmal zurück zu Machiavelli, denn der ist ein sehr interessanter Fall, weil Machiavelli wirklich ein Philosoph ist und warum er wirklich ein Philosoph ist, lässt sich folgendermaßen begründen. Und nicht nur zum Beispiel ein politischer Theoretiker. Das ist viel zu wenig bekannt, weil sich nur wenige wirklich, sag ich mal, in der Tiefe mit antiker Philosophie wirklich beschäftigen und sich da, weiß ich nicht, ich sag mal wirklich auch empathisch einfühlen. Also so von innen. Was wollten die? Was hat die bewegt? Was waren so die eigentlich vitalen Fragen, die das Philosophieren freigesetzt haben? Da gibt es eine Menge zu sagen. Das ist auch Thema in vielen anderen meiner Videos. Aber ich möchte mal auf eine ganz bestimmte Frage willkürlich zuspitzen. Die antike Philosophie ist von einer ganz bestimmten Frage geradezu besessen. Das ist die Frage nach dem guten Leben. Die Frage, die die Antike stellt, und das kreist dann oft, wenn es überhaupt thematisiert wird, um diesen berühmten Begriff der Eudaimonia, ist die Frage, worin genau besteht das gute Leben für den Menschen? Das wird sehr natural gedacht, bei dem, der diese Frage am prominentesten stellt, aber er ist beileibe nicht der Einzige, der sie stellt, bei Aristoteles. Alle griechischen Philosophen haben diese Frage gestellt und zum Teil auch noch die römischen Philosophen, also die im Grunde, wie soll man sagen, sehr stark von der griechischen Tradition gelernt und gezehrt haben und wenig eigenes, originelles hervorgebracht haben. Also die interessanten Formen findet man eher bei den Griechen, möchte ich behaupten. So, und diese Besessenheit von der Frage nach dem guten Leben finden wir auch bei Merchiavelli. Und wir finden eine sehr eigenartige Beantwortung dieser Frage und die ist sehr, sehr interessant für unser Thema hier, also Imperialismus. Merchiavelli behauptet nämlich ernsthaft, wenn man ihn genau genug liest und auch ein bisschen zwischen den Zeilen liest und sich nochmal nachdenkt, was sagt der Mann da eigentlich? Dann sagt Merchiavelli an einer ganz bestimmten zentralen Stelle seiner Discorsi und die Discorsi, nicht il principe, Discorsi sind das Hauptwerk Merchiavelli, sagt Merchiavelli uns ganz offen an einer Stelle, das Beste, was der Mensch auf Erden erreichen kann, ist möglichst große, möglichst langlebige, reiche Imperien zu begründen. Also bei der, Merchiavelli hat eine genuin philosophische Antwort auf die Frage nach dem guten Leben. Und wenn wir also diesen Maßstab, den machiavellistischen Maßstab, über das drüberlegen, was wir hier jetzt gerade Zahlen, Daten, Fakten basiert, von Watschlaufs Mill gehört haben, ist das menschliche Leben nach machiavellistischen Maßstäben schlechter geworden. Denn die Chancen, möglichst große, möglichst langlebige, menschliche Reiche zu begründen, ist offenbar, rein statistisch gesehen, gesunken. Und das ist sehr interessant. Und auch wenn man, also zum Beispiel, wie ich die Position hat, also wenn man mich jetzt rein philosophisch interpretieren würde, dass ich eben der Meinung bin, dass Merchiavelli in diesem Punkt objektiv irrt. Wir wissen heute, was das Beste für den Menschen ist und es besteht nicht in dem, was uns Merchiavelli sagt. Also woher wissen wir das? Aus der Forschung. Diesem zugrunde liegende Forschung werde ich hier noch einmal verlinken. Es gibt also Studien dazu, die uns mittlerweile eindeutig sagen, was das Beste für den Menschen ist. Also diese uralte, von den griechischen Philosophen aufgeworfene Frage kann mittlerweile als eindeutig beantwortet gelten, und zwar aus moderner Forschung heraus. Und diese Antwort fällt ganz anders aus, als das, was uns Merchiavelli sagt. Selbst wenn man also diese Position, die ich vertrete, die meines Meinung nach eben keine Position ist, sondern eine objektive Wahrheit, die durch moderne Wissenschaft gefunden wurde, selbst dann, wenn man also Merchiavelli an seinen eigenen Maßstäben misst, ist Merchiavelli ein sehr verzweifeltes Unterfangen. Dann wäre man heute noch der gleichen philosophischen Ansicht wie Merchiavelli, nämlich das Größte, was den Menschen leisten kann, was der Mensch auf Erden leisten kann, das gute Leben für den Menschen besteht darin, möglichst große, möglichst langlebige Reiche, Imperien zu begründen. Dann müsste man, wenn man Merchiavellist wäre, also und zwar nicht ein Klischee-Machiavellist, sondern das, was ein Merchiavellist wirklich ist, also wenn man wirklich Merchiavelli ist, müsste man verzweifelt sein. Also als Merchiavellist, der glaubt, das gute Leben besteht genau darin, kann man angesichts dieser Zahlen, Daten, Fakten eigentlich nur in eine Depression stürzen und mich als jemand, der weiß, dass das gute Leben für den Menschen in etwas ganz anderem besteht, amüsiert das sehr. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.